Musik Durch YouTube Videos und zahlreichen Recherchen im Internet habe ich etwas sehr interessantes bei Mt. Gordo gefunden. Neben dem Mt. Gordo bei einem Lagerplatz kann man von 23 bis 24 Uhr Schreie und Geflüster wahrnehmen, die sich sehr creepy und mysteriös anhören. Viele haben Vermutungen aufgestellt und jeder hat eine andere Vermutung, aber es kann nur eine logische Schlussfolgerung geben. Wenn man sich die Schreie genauer anhört, bemerkt man, dass es sich um einen weiblichen Schrei handelt. Dieser Schrei muss von Jolene Cranley Evans stammen, die um 23 Uhr auf dem Mt. Gordo auftaucht als Geist. Damals habe ich ein Mythenvideo namens Mt. Gordo Gauss hochgeladen. Das könnt ihr euch nochmal ansehen, ansonsten werde ich im Video nochmal kurz zusammenfassend darüber was sagen. Das könnt ihr euch nochmal ansehen. So, wir sind jetzt hier in GTA 5 drin und ich kann ja nochmal kurz die Location zeigen, wo das genau sein sollte. Also hier ungefähr. Und ich habe auch das bei sehr vielen YouTube Videos auch gesehen und ich hatte schon mal ein YouTube Video gesehen, wo ein Jumpscare aufgetaucht ist. Am Ende des Videos hat es wirklich mich richtig, richtig, richtig erschreckt und ich könnte den YouTuber schlagen dafür, dass er das gemacht hat. Aber die Schreie und das Geflüster, was da drin vorkam, war wirklich echt und wurde nicht bearbeitet. Ich habe es auch von einem gewissen YouTuber namens Idzog auch erfahren. Er hat auch nämlich ein Easter Hack Video davon gemacht, was ich jetzt persönlich nicht als Easter Hack einstufen würde, sondern eher wirklich als Mythos. Ja okay, obwohl, ja, das hier musste man eigentlich auch als Mythos ansehen, weil das ja dieser Mount God of Ghost Mythos beinhaltet und ich möchte jetzt hier keine Gesellschaft haben. Ich möchte hier alleine sein. So, ich habe mir auch durch die ganzen Videos gesehen, dass die Spieler sich meistens immer hier befunden hatten und mal gucken, ob das jetzt auch wirklich so stimmen wird. So und hoffentlich irre ich mich jetzt hier nicht, aber ich denke mal, dass der Geist ungefähr dort so auftauchen wird oder, ne, da hinten jetzt auch nicht, aber ich schätze mal dort so ungefähr. Die Geschichte war ja, dass Jock Cranley, der Ehemann, der Ehemann von Juleen Cranley Evans, dass er, sie, die Klippen runtergeschubst hat. Also sie ist halt die Klippen runtergestürzt. Also ungefähr hier so. Und ist dann dementsprechend gestorben. Und taucht dort jetzt als Geist auf. So, jetzt gucken wir erstmal, ob die Sound-Einstellungen hier, äh, ob die Sound-Einstellungen hier ausreichen. Ne, das sage ich nicht. Deswegen machen wir es mal ein bisschen lauter und hören jetzt mal genauer hin. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, wie ihr vielleicht gehört habt, hat man jetzt in diesen... Also in der einen Stunde von 23 Uhr bis 24 Uhr, zwei Schreie gehört und ein, wie soll ich sagen, so ein dunkles Flüstern aus der Seite. Also man hört, wenn man wirklich die Kopfhörer hat und Stereo-Sound etc. hat, kann man wirklich schon rauswildern, woher das kam. Also die Schreie kamen jetzt aus meinem rechten Kopfhörer. Kopfhörer, hörer, hörer. Und das Flüstern kam von meinem Linken. Und ich denke mal, es hat eh keine wirkliche Bedeutung, aus welcher Seite das jetzt kam. Aber dieser Schrei und dieses Flüstern ist echt und taucht immer von 23 Uhr bis 24 Uhr auf. Also laut meinen Informationen jetzt. Und irgendwie am Tag oder so tauchen die nicht auf, sondern nur um 23 Uhr bis 24 Uhr, während der Geist da oben auf dem Berg zu sehen ist. Und ja, ich frage mich, wieso die Leute hier zelten, wenn es hier so verdammt creepy ist. Ich meine, wenn die schlafen und dann hören die sowas. Keine Ahnung. Und was dieser Dude hier macht, habe ich auch keine Ahnung. Wow, ich werde nur vergessen, ich habe dich gesehen. Ja, okay, na dann. Und ja. Ich wollte jetzt mal so ein kleines kurzes Mythos schnell dazu machen. Das sollte jetzt hier rein zur Ergänzung quasi führen. Also, da es ja ein Teil von dem Mount Gaurau-Ghost-Mythos ist. Und natürlich wurde auch schon bei sehr vielen von auch spekuliert, was das für Schreie sein könnten. Ob das jetzt nicht irgendwie, ob hier irgendjemand ermordet wurde oder runtergeschubst über die Klippen, keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass die Leute zu dem Zeitpunkt noch nicht den Geist da oben entdeckt haben, was jetzt auch nicht wirklich schwer ist. Weil wenn man um 23 Uhr bis 24 Uhr ist und nach oben in den Berg guckt und man sieht so einen kleinen leuchtenden weißen Fleck. Ich glaube, das kann man nicht übersehen. Aber ich denke mal, die Leute haben es übersehen. Ich weiß es nicht. Aber ich wollte mal kurz dieses Video mal zeigen. Da ist jetzt diese Schreie, glaube ich, jetzt ab der Next Gen irgendwie aufgetaucht sind. Oder auf der PC, weiß auch nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe ja keine PS4 oder Xbox, um das irgendwie zu beweisen. Aber auf der Playstation 3 oder auf meiner Playstation 3 gibt es diese Schreie nicht, glaube ich. Sondern die wurden erst später hier bei den neuen Versionen eingefügt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Mythen-Video hier gefallen. Und wir sehen uns dann zu meinem nächsten Mythen-Video wieder. Mythen-Video wieder. Bis dann. Und wir sehen uns dann. Und wir sehen uns dann. Und wir sehen uns dann.